Hol' nochmal Herzschlag-Tänzer raus Steck'n wieder weg Geh bei mir ne Steps, Digga Bei mir auch Einen hab' ich Einen hab' ich Geh safe Ja, geh safe Immer unten, ne? Ja, nicht oben Ja, aber du musst auch nicht Nein! Ey, Basti! Das ist, oh mein Gott, oh man Oh, das tut so weh, Alter! Ich frag' mich, warum's das hier nicht gibt Weil hier hast du richtig krass geile Anpassungen Für Waffen und so Dann gibt's das nicht Lass' mal mit einmüssen Das ist nämlich Ne Krone Das Fettkohle Na? Wie geht das für alle? Boah, was liegt denn hier schönes? Uuuuhh, oh! Er hat aus'n Fetzer geschossen Keine Ahnung Sicherheitszone wird verlegt Slaps! Los! Es ist alles in Ordnung Es ist alles in Ordnung Ich bleib' dir beschossen Ich kann's nicht Ich bleib' dir beschossen Ich komm' zu euch Noch mal Slaps Nochmal Slaps Blatt Alter Er hat mich schon wieder Er hat die Schuhe Aber er hat die Beugen Alles gut ... und halb so wild. Alter! Warte, warum? Von der Ausrüststiefung, glaub ich. Steps. Setz in Furcht! Das ist eine Leitplanke, also. Trotzdem scheiß jetzt alleine. Muss mal gucken, was ich mach. Kohle, Kohle, Kohle! Oh, die pushen mich. Ich dachte, er war schon tot. Der sah irgendwie zumindest so aus, ne? Offene Fläche. Hinter uns kommen Quatsch hinter uns. Ja. 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 War das jetzt der Zaun, oder? Ja. 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 Ich hab sie. Ja. Das ist nicht mal gut, Alter. Was ist das? Ja, mich hat er One-Shot geholt. Alter, hey, was machen die denn da, Alter? Oh mein Gott, Alter. Der holt mich One-Shot, oder was? Ja, und so einer. So einer tötet uns. Aber Multiplayer ist einfach unfair. Ich helfe mal ein bisschen. Okay, da merkt man das. Der wohntendrunnen. So Uwe, ich hol dich mal schnell. Bei mir beide. Einen hab ich. Links von mir. Was macht der denn da, Alter? Totenschille. Das Beste. Alter, der spielt ja im Vier. Fast so wie ich. Nice. Tumble die Kohle. Der war nur down. Ja, das wegen Self-Rest. Wenn er sich selbst beleben kann. Na, die Kohle reicht nicht, ne? Falk. Ach, dass er genau dann wiederkommen ist. Ah, sorry. Das hatte ich mal mit dem Random gezockt. Also mit dem Demi und dem Random. Eier. Und der Random, der kauft ein Demi nicht, sondern... Oh mein Gott. Von wo? Vom Haus irgendwo. Aus der Richtung. Unterwegs. Okay. Die schnurrt so gut. No, not gut. Okay. 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 Ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen. Lauter. Unter dir. Ich habe ein bisschen fest. Alter. Oh, das schaffen wir nicht, oder? Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich bin irgendwo runtergejumpt, um mich festigen. Ist ein langer Weg bis zur Sicherheitszone. Gehen wir! Da bin ich gerade froh, dass ich die Grau genommen habe, weil durchdrücken wäre bei mir jetzt nicht gut gewesen. Steps, glaube ich. Nee, okay. Alles gut. Ich überlege, ob ich in den Truck einsteige. Ich glaube, ich bin so schneller wie wir, ne? Renn, 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 renn. Du weiter, renn. Du weiter Richtung Zone. Wie ich fahre. 5 Steps. 2 Leute. Nein, Alter. Eine andere Mauer, direkt rechts. Ach komm. Ich bin sogar extra ausgestiegen, weil ich das noch finishen wollte. Egal, ob wir sterben oder nicht. Ich war jetzt bei über 2500 Damage. Bei 4 kills. Okay. Das schaut gut aus. Doof. Der Verein hat die Stellung erobert. Wir haben die Stellung eingenommen. 6 Sekunden, macht euch bereit. Was ist das?